Hi, ich bin Berkhan, Projektleiter TGA bei Zublin. TGA bedeutet Technische Gebäudeausrüstung. Im Bereich der Gebäudetechnik unterscheidet man in zwei Bereiche. Einmal die mechanischen Gewerke und die Elektrotechnik. Ich bin für den Bereich der mechanischen Gewerke zuständig. Unter anderem die Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Sanitättechnik und Kälte-Technik. Ich selber plane nicht, sondern ich koordidiere und gebe Aufgaben an die Planer weiter. Ich korrigiere auch die Pläne, die dann zum Ende dabei rauskommen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten in meinem Beruf einzustellen. Zum Beispiel kann man studieren oder eine Ausbildung machen im Bereich der TGA. In der Bauphase bin ich überwiegend auf der Baustelle. Dort liegt der Fokus meist auf der Überwachung und Koordination und auch die technische Problemlösung. Es ist vom Vorteil auch schon Erfahrung zu haben in dem Bereich und natürlich sind die Menschenqualitäten wichtig. Du musst wissen, wie du mit den Leuten umgehst. Auch auf die Nachhaltigkeit hat mein Job erheblichen Einfluss. Zum Beispiel durch den Einsatz energieeffizienter Technologien, nachhaltiger Materialien und den Einsatz von erneuerbaren Energien. Ein typischer Tag bei mir, den gibt es so gar nicht. Die Kombination aus im Büro und auf der Baustelle sein ist das, was mir am meisten Spaß macht. Für mich ist es einfach wichtig, dass man Spaß an der Arbeit hat, dass man nette Kollegen hat, mit denen man sich austauschen kann und jeder für einen da ist. Bau mit uns die Zukunft!